Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV. Wir haben spielen vor einem Wochenende, bzw. da hatten wir ein Testspiel, haben wir die Woche davor Gast gegeben, haben gut gearbeitet, haben uns nochmal voll reingehauen, haben das Testspiel dann auch erfolgreich bestritten, war ein guter Test auf jeden Fall für uns und in der Woche lag der Fokus dann voll auf dem Mippen. Ich denke, da sind wir auch gut vorbereitet und fahren dann mit einem guten Gefühl rüber. Erstmal von dem Personal her, es ist eine sehr erfahrene Mannschaft, eine drittliga erfahrene Mannschaft, mit Puttkammer, mit Hemline, mit Blacher, mit die Neuverpflichtung, Kleinsorge, P-Pitch, Poree vorne in der Spitze, Piyosek. Das ist eine sehr erfahrene Mannschaft, die halt nicht zu unterschätzen ist. Auch der Trainer, der neue Trainer, der sich in den auswendigen Drittliga kennt, deswegen ist es halt ein sehr gefährliches Spiel für uns. Ja, ich glaube, die werden hoch motiviert sein, haben ja mit dem 1-1 und dann mit dem Pokal sind sie, glaube ich, dann gegen uns und dann auch im ersten Heimspiel besonders motiviert, dass sie da dann vielleicht auch mal den Fans dann irgendwas wiedergeben wollen. Und wir müssen da von der ersten Minute an konzentriert sein, gegenhalten und dann mal gucken, was dann dabei rauskommt. Natürlich ist es halt für uns immer wichtiger, diesen Selbstvertrauen, was wir aus dem ersten Spiel gewonnen haben, halt einfach mitzunehmen, aber nicht überheblich zu werden. So aufzutreten, wirklich so wie wir es halt getan haben in der ersten Halbzeit gegen Halle, dass wir halt sehr giftig sind, dass wir halt sehr kompakt sind, dass wir zweikampfstark sind, aber dass wir auch zielstrebig nach vorne spielen. Es ist alles entscheidend für uns, dass wir halt gut gegen den Ball spielen. Natürlich spielen mit dem Ball, haben wir halt auch sehr, sehr, sehr gute Szenen gesehen gegen Halle. Und deswegen wieder an diese Leistung anzuknüpfen, wieder halt diese aufwendige Spiel, die wir haben, durchzusetzen. Und wenn wir es tun, dann haben wir auch in Meppen eine gute Chance, was mitzunehmen. Ja, in erster Linie würde ich sagen, ist natürlich das Wichtigste, dass wir erfolgreich waren, dass wir die drei Punkte geholt haben. Und für mich persönlich ist es natürlich dann toll, wenn ich dann gleich auf dem Platz mitwirken kann, alles geben kann. Und am Ende war das dann ein großer Erfolg an dem Tag. Der Johann Grum ist auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Wir hoffen, dass er halt komplett alles mitmachen kann nächste Woche. Letzte Woche hat er oder diese Woche hat er halt fast alles mitmachen können. Deswegen, der ist auf einem sehr guten Weg und wir freuen uns, dass er halt wieder dazu stößt. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.